und wieder herzlich willkommen zu einer weiteren folge von meiner kraft heute gehen wir wieder ein bisschen die hühlen bauen ich bin nicht alleine meine frau hört zu mal gucken wo wir stehen geblieben sind auch nebenbei noch mal ein neues texture pack installiert gefällt mir das hier überhaupt so wirklich doch so lassen so wir wollten jetzt weiter in der höhle bauen huch was war'n das so die hätten wir ok im hintergrund die schönen maschinen geräusche ganz toll passt ja auch so gut prüpa können wir mal noch tot machen komm jetzt gleich prüpa 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 so mal gucken wo wir stehen geblieben sind ob ich das auch wieder finde oh eine miezekatze so eine miezekatze so jetzt noch nicht hoch ob ich hoch komme so hier ist das ja oh jetzt miezekatze wieder mal gucken ähm ähm wie wollte ich jetzt bauen einen Augenblick hier ist der zugang ich habe vergessen ähm ich habe jetzt bauen und mal egal von später so mal gucken wir haben jetzt hier den Weg zum See wo wird es hier dann genau ich weiß gar nicht genau wie ich bauen wollte wir bauen äh irgendwie Geräusche ganz komisch ähm ja ich habe da Textupec von äh Bulldog heißt das glaube ich äh installiert ähm ähm äh äh installiert ja ich weiß noch nicht ob es mir so wirklich gefällt noch mal Licht wir bauen ja noch eine Mine nein dann gehen wir hier runter ich weiß nicht eigentlich bin ich wirklich Lust dazu ich weiß noch etwas anderes ganz anderes ganz anderes ganz anderes ganz anderes mit 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 und 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 erstmal ein bisschen mörchen 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 so müssen wir natürlich auch noch anpflanzen mörchen 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 so ich hoffe die Fernsehergeräusche nicht zu hören sonst hab ich da wieder die GEMA-Probleme so so das tun wir mal jetzt hier in die Erde stopfen wieder zack zack reiner mit So. Jetzt. Ähm. Jetzt müssen wir mal ein bisschen höher. Hier haben wir gar keinen. Ähm. Hier wird so ein Emboss. Muss ich erstmal bauen. Nicht genug Eisen. 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 Ja. Das ist der Moment besser. Nicht genug Eisen. Nicht genug Eisen. Nicht genug Eisen. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ja. 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 So, pflastern wir alles schön mit Stein. So, pflastern wir alles schön mit dir. Okay, das haben wir jetzt keine 10 Minuten. Sollen wir nochmal schnell schlafen gehen. Und, huch, komme ich gar nicht weg. Doch, doch komme ich. So, wollen die aus dem Brunnen fischen gehen? Geht das? Nee, geht nicht. Gut. Achso, wir haben doch einen Weg. Ich weiß auch wo. Jetzt nicht gerade sonderlich laut. Ich werde schon geschlafen. So. Oh, wo bin ich eigentlich dauer? Ah, hier wird verzogen. Hm. Wie funktioniert das nicht? Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ich brauche Fische, ich brauche Fische, 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 das kann sich ein bisschen ziehen. Sehr dramatische Musik, wo bleibt der Fisch, ich brauche Fisch, ich brauche Fisch, ich brauche Fisch, ich brauche Fisch, in der Luft kriegt nicht viel was. Den Texturpaket hoch, oder gerade an das letzte Update. Das ist ja ein Team 2-Update, glaube ich, war. Das sind die Lungen-Toren. Das werden wir jetzt nie zurückfinden werden. Oh Mann, so. Okay, huch. Was haben wir hier? Hier haben wir schön ein großes See. Gucken wir mal, ob es hier geht. Ja, komm. Frisch einen Fisch brauchen wir. Frisch einen Fisch auf den Tisch. Komm. Hm. Da wird irgendwie nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Hm, verstehe nicht. So, na gut. Das andere Mal. Ähm. Tuck, 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 tuck. So. Huf. Geht das nicht? Ah, die haben wir schon versucht. Ja. Oh je. Oh, wird dunkel. So, heute mal nur eine kurze Folge. Das warten wir ja fast 60 Minuten. Jetzt müsst ihr mal mit 16 Minuten auskommen. So. Hier. Hint ihr mir Bett gekichert? Ja, macht den mal lustig. Jetzt ein Bettplatz, freu ich mir, kann sich mit hinlegen. Na? Willst du nicht? Willst du nicht? Gut, denke ich alleine schlafen. Huch, ist noch keine Nacht. Wie? Hink fest. Hink fest. Hallo? Achso. Hink fest. Hink trotzdem fest. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Ich darf noch nicht schlafen. Meinte ich nicht. Was noch nicht. Was noch hat er da? Den hast du ihn, bauen wir nicht weg. so so wieder so jetzt kommen wir ab machen die Fläche größer Klopf, klopf Steine klopfen Steine klopfen Steine klopfen ja, brauche ich ganz viele ah Shit Weckzeug kaputt Ich brauche noch ein neues Werkzeug Ach Scheiße Nein, Quatsch Mist Auch Eisen Ich brauche Eisen So Dann gehen wir mal auf Eisensuche Oh, was haben wir hier? Das ist eine Facke, aber kein Zugang Doch, hier geht es ab jetzt Okay Dann breche ich hier die Aufnahme ab An dieser Stelle wünsche ich euch was und nächstes Mal geht es hier runter Hier runter So Ende Ich brauche es Ich brauche es Vielen Dank.